Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vergesst nicht, der junge Zocker JT noch zu adden. Ja, mein neuer Account. Ihr wisst ja, viele haben mich noch nicht geaddet auf dem neuen Account, aber wer Lust hat, kann mich dort gerne adden. Heute gibt es mal wieder Call of Duty Black Ops 2. Herrschaft auf der Map-Turbine für euch mit dem edlen Gameplay-Spender Giovanni. Giovanni. Ah, Stronzo, Bella Italia, Dupe, Stronzo, Dell'Albiago oder was auch immer. So, heute habe ich mal natürlich wieder ein kleines Commentary vorbereitet über ein Thema und zwar mein Handy. Ihr wisst vielleicht, dass ich zur Zeit ja nicht so viele Videos hochlade und vielleicht auch nicht auf jedes Kommentar eingehe zur Zeit. Das hat natürlich folgenden Grund, Leute. Manche wissen es vielleicht schon, mein Handy ist kaputt. Und zwar, ich hatte so ein komisches Handy, was mir dieser Vodafone-Typ da verkauft hat. Und ich habe ja den Song Sexy Bitch gehört, weil ich einfach die Frauen beeindrucken wollte, gell? Okay, ich rieche auf dem Fahrrad, fahre da Fahrrad und dann wollte ich einfach die Frauen beeindrucken, habe also Sexy Bitch gehört. Habe das Handy aber nicht richtig in die Hosentasche gemacht. Und das Handy ist dann halt eben rausgeflogen aus der Tasche und auf den Boden geknallt. Und somit ist es natürlich nicht mehr angegangen. Was habe ich gemacht? Ich hatte, als ich das Handy gekauft habe oder den Vertrag abgeschlossen habe, natürlich einen Handyvertrag gemacht. Und nun ist dieses Handy bei diesem Handy-Typen da, bei diesem Vertragstypen da. Und auf jeden Fall, irgendwie kommt dieses Handy nicht mehr zurück. Obwohl er gesagt hat, nach zwei Wochen hast du dein Handy wieder. Und jetzt sind schon fast drei Wochen vorbei und ich habe immer noch kein Handy in der Hand. Und bald ist das Video 500 und da brauche ich aber mein Handy. Sonst haben wir ein richtig großes Problemchen, weil ich dann nicht weiß, was ich dann mache. Ja, Video 500, ihr wisst es. Ein Geheimnis wird entstehen. Es wird ein richtig, richtig, richtig geiles Video. Ähm, ich sage nur Helikopter. Ich sage nur Emblememacher. Ich sage nur, ähm, Midnight Hunter Nummer 1. Und den Rest kann man sich, denke ich, mal zusammenreiben, was dann bei Video 500 wahrscheinlich kommen wird. Hoffen wir, dass es funktioniert. Aber nun gehen wir mal weiter zum edlen Gameplay-Spinder Giovanni. Was macht er da? Scorpion EVO. Amma mia. Hellstorm-Rakete hat er freigeschaltet. Hoffentlich setzt er die auch gleich ein. Diamanten hat er drauf. Aha. Diamanten sind richtig cool. Habe ich bisher noch nicht drauf gehabt. Oh Gott, Scorpion EVO. Bei der Map. Hm. Dann würde ich eher die Elfstadt nehmen. Aber jetzt hat er die Rakete. Boah. Bam, bam, bam. Hau sie alle weg. Mein Freund, hau sie alle weg. Ja. Ich muss nochmal etwas zu meinem Moin-Clan sagen. Ihr wisst ja, ich habe ja einen Clan auf dem Elite-Server-Dingsbums. Und der heißt ja der Moin-Clan. Und dieser Clan ist ja zur Zeit ein bisschen in Abwesenheit geraten. Weil ich ja zur Zeit mich eigentlich sehr wenig um diesen Clan kümmere. Das Problem ist halt einfach keine Zeit. Ganz klar. Weil ich habe einfach einen Job. Bin Koch. Zur Zeit ist viel Arbeit. Und mein Internet hier ist sowieso so schlecht. Und wenn ich mal online bin, dann nur kurze Zeit. Und das ist natürlich auch ein bisschen schlecht für den Clan. Aber er existiert noch. Irgendwo hier in unserem Herzen ist er noch drin. Und jetzt hat er die AN-94. Die habe ich auch ein paar Mal benutzt. Muss ganz sagen, das Ding ist richtig stark. Die AN-94. So. Was macht er da? Was ist das? Ah, hat er den taktischen Einstieg schon mal gesetzt. Um sicher zu gehen. Headshot nochmal reingemacht. Und das ist auch eine böse Sache. Immer wenn ich da versucht habe mit einer Minigun zu schießen, tötet mich jemand mit einem Headshot. Ah, nein. Ah, Mama Mia. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Das war böse. Ah, jetzt hast du es davon. Das hast du davon. So. Gut, dann gucken wir mal auf unseren Heiligen-Score. Und er liegt bei 16. Abschlachtung, bei 7 Toten, bei 3 Eroberungen und bei 5 Verteidigungen. Und da unten bin ich mal wieder. YouTube Gamescom mit der allerschlechtesten Verbindung, die es eigentlich so gibt. Den Namen da unten finde ich richtig cool. Toasterman. Toastman, Toastman, Toasterman. Yeah, da ist der taktische Einstieg. Bam, 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 bam. Oh, geile Titten. Auch was fürs Auge ist hier geboten bei Call of Duty. Naja, jetzt kommt bald Ghost raus, Leute. Da freue ich mich nämlich schon richtig drauf, weil immer nur Black Ops 2 wird auch irgendwann mal nach einer Zeit langweilig, weil man jeden Pixel kennt und jeden Stein und jeden Ort kennst du dann, wenn du das Ding jeden Tag spielst. Black Ops, da willst du mal was Neues. Es kommt ja bald raus, Ghost, Ballzimmer dabei, das ist prima. Und GTA 5 ist auch bald am Start. Wie lange noch? Ah, ich weiß es gar nicht. Ich glaube noch so 30 Tage. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Hi, C92, Black Ops. Bis dann. Ciao. Dü, 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 fliegen Motten in das Licht. Genau wie du und... ... ...